500 Euro schulde ich dir noch auf dem Casino. Stimmt? Wie meinst du, ne? Ja, ich schulde dir noch 500 Euro. Okay, ja, kauf was, kauf was. Zieh mir ab. Bei 500 Euro kann ich jetzt nicht einkaufen. Da waren wir nämlich mal, ich bin mal mit Sigi im Casino gewesen, am Potsdamer Platz. Und dann hat er seine Karte in den Automaten geschoben, kam kein Geld mehr. Hat er noch eine Karte in den Automaten geschoben, kam auch kein Geld mehr. Dann kam er zu mir und meinte, kannst du mir 500 Euro leisten? Aber ich hätte gerne noch so Chits oder so, aber die, die ich gerne hätte. Ah doch, da oben, guck mal, oberste Reihe. Ida? In der Mitte, die kleine Packung. Wie? Oh, die kleine Packung? Ja, okay. Na klar. 500 Euro. Kein Problem. Ja? Dann sind wir quitt, dann sind wir quitt jetzt. Sind wir quitt? Danke dir. Danke, danke. Danke, danke. Danke.